Hallo Leute, das ist unser erster Podcast am 18. August, 23 Uhr. Jawohl. Was sagst du? Hier ist unser erster Seegurten-Podcast. Wir laufen jetzt mal live ohne Ehre. Ja. Ach schön. Prost. Prost. Jetzt habe ich es wieder vergessen schon, eine Anzahl zu machen. Aber wir haben ja, das ist ja Bescheid. Dann ist der Schmerz halt woanders. Wir waren bei der Butterblume. Bei der Butterblume, ja. Die unterschätzteste Pflanze. Nein, das ist eine der, wenn nicht sogar die meist unterschätzteste Pflanze der Welt. Hat eigentlich keinen Sinn, keine Bedeutung, aber man nimmt nicht so oft sie in ein Wort. Ja, natürlich hat die eine Bedeutung. Eine Butterblume muss doch eine Bedeutung haben, Mann. Ist ja nicht da und hier und... Mehr als ein Mauerblümchen. Oh, jetzt pack dein Güter aus. Ja, jetzt packe ich jetzt... Dafür so viel Chit. Tchuuu. Da kam die Astkarte. Fad. Shit. Okay, Prost. Vorsicht. Ach nein, mit dem Lächeln... Ach nein, du wolltest anprosten und jetzt nicht dein Benzin ins Feuer gießen, Mann. Ist natürlich kein Benzin, liebe Hörer, das ist nur ein spezieller Grillanzünder, der nicht zurückbrennt quasi. Also wir sind hier halb... Mal schauen, wie es in einer Stunde ausschaut. Wir sind hier nur halb lebensgefährlich am Start. Ja, wir haben eine ganz geile Location. Wir sagen jetzt nicht ganz wo, aber ist geil, Mann. Also viel, viel Wasser ist hier, ey. Und Feuer. Feuer. Und der die Füße lämmt. Und zwei Seegurten. Und zwei Seegurten. Und zwei Seegurten. Zwei Sea Cucumber. Ja, Mann. Ja, Mann. Wo gibt es die Butterblume? Wo es die Butterblume gibt? Oh Mann. Das ist eine verdammt gute Frage. Ja? Ja, weil die ist ja so unheimbar, ne? Das meine ich ja. Warum ist es überhaupt Butterblume? Also die Butter hat ja nicht viel gemein, ne? Nein, also es gibt nicht aus wie Butter. Die Null, oder? Null, oder? Die ist gelb. Ja, Mitte gelb und dann außenrum weiß. Ach, die ist das? Die ist das. Ist das nicht dieses Gänseblümchen? Oder meinst du eine Margarite vielleicht? Ist das nicht das gleiche? Ach, das ist eine Margarite. Na, das ist ja auch nicht mit den weißen, großen Blättern. Und dann in der Mitte gelb. Sieht aus wie ein Gänseblümchen groß. Okay. So, liebe Kunst- und Kulturfreunde, hier haben wir einen kleinen, lehrreichen Beitrag. Siehst du? Deswegen. Jetzt würde ich mir gerne wissen, an unserer Freundin, wie sieht eine Butterblume aus? Stellt ihr euch gerade eine Butterblume vor? Ja, jeder, das meine ich ja. Die Butterblume wird unterschiedlich. Weil jeder denkt, kennt Rosen, Tulpen. Jeder kann mir beschreiben, wie eine Rosen. Ja, auch mit Rosen, ey. Ja. Oho, du schickst mir eine rote Rose. Ja, aber jeder kennt das. Jetzt weiß ich nicht einmal, wie eine Butterblume ausschaut. Weißt du, Meister, ich liebe Blumen, wirklich. Ich liebe Blumen. Ja. Man muss ja wissen, Farben, der Geruch, alles. Man muss ja wissen, wie eine Butterblume ausschaut. Genau, das musst du ja nicht wissen, ist klar. Also, wie stellt man sich eine Butterblume vor? Also, ja. Kannst du nicht so eine Butterblume? Sind das nicht diese kleinen, das sind so kleine mit gelben Blättern, die so samtig weich sind, der Kreis rund? Das ist doch eine Butterblume, oder? Weiß ich nicht. Hä? Keine Ahnung. Deshalb frage ich. Doch, doch. Klar ist das nicht so eine Butterblume. Deswegen wahrscheinlich eben wegen der Farbe. Aber ansonsten hatte ich wahrscheinlich nicht so viel mit Butter gemeint. Wenn du jetzt dein Handy mal voll hättest, hätte ich das jetzt mal nachschauen können. Dann hätten wir gleich live on air mitbekommen, dass ich recht habe. Ja, aber leider haben wir zu viele Instagram-Videos und Fotos und Dinge ausgetauscht. Ja, alles war heiß. Ja, alles war heiß. Wir haben dann eins live auf Heidegasmann. Ja. Krasser Scheiß. Wir haben den großen XXX Flamingo geritten auf dem See. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe echt viele Momente und viele schöne Tage oder viele, die nicht beste, sondern schöne Tage, sag ich jetzt mal, in meinem Leben. Aber das war heute definitiv die Butter aller Blumen. Das hast du schön gesagt. Da hast du ja einen verdient. Ja. Puh. Aber dieser Flamingo war krass, ey. 13 Leute. Wenn man mit 13 Leuten drauf steht, steht drauf eigentlich sind alle, wieviel? Sechs? Acht? Sechs? Auf jeden Fall viel weniger. Und wir sind da halt einfach mal drauf. Wir waren mit 13 Leuten. Wir sind halt drauf. Und haben da richtig getötet. Minusgass. Das hat zweite Bedeutung. Wir sind halt drauf. Ja. Wir waren drauf. Ja, also auf dem Flamingo waren wir drauf. Klar. Und was anderem sind wir ja nicht drauf. Und wir sind drauf. Genau. Das ist der Bange. Hat das zweite Bedeutung. Ja, nee, nee. Ach, wir doch nicht. Wir sind halt in der Reihe Wasser. Ja, trink bloß nicht. Entschuldigung. Ich kann nicht beides reißen. Ich mache Chips reinstecken und trinken. Kannst du nicht? Nee, es gibt eine schlechte Kombi. Ach so ein Schmach. Schmeckt dann wie Margarita. Wie Butterblume schmeckt das bestimmt. Nee, das ist Paprika Chips. Ja. Und mit Bier ist doch geil. Ja. Paprika und Bier ist doch eine Harmonie. Ich sehe die Faschen mal hier rüber. Das ist verregt. Ich habe die Verwechslung gefahren. Genau. Trink doch lieber am Spiritus. Merkst du erst, wenn du runter schluchst. Weil du in deinem Mund nichts spürst. Kennst du das? Eins, zwei oder drei? Ja, so klar. Und wenn du richtig stehst. Weißt du, was das Licht angeht? Genau. Das war eine Sternstunde. Mit Kamerakind. Seegurke. Filmt heute mal. Da gab es dann so einen bunten Rahmen drumherum, ne? Wenn das Kamerakind gefilmt hat. Wenn du nicht gesehen hast, dass das Kind einfach irgendwas anders gefilmt hat. Ja. Zu seiner Freundin oder sowas. Du glaubst das mal, dass das Kind so richtig, irgendwie einfach komplett wo anders gefilmt hat. Zu seiner Freundin. Du weißt so, ach das ist, ich muss meinen Eltern meine Freundin zeigen. Das war doch mal ein coolter Move. Ja. Michael Schanze, wen interessiert denn das? Ja. Nur bist denn du? Mensch, Kamera gibt Themen. Film doch jetzt mal die Michael. Mir doch egal. Mir doch egal. Geht in Kamera. Ah, jetzt kommt die Bombe. Die alte Tante Yu. Die fliegt ja ab und zu mal drüber. Ach ja, weil du gesagt hast fliegen. Ja. Ja. Das war der Pink one oder? Ja, äh. Weiß ich nicht. Mit dem Kampfhufschaber da. Wie bitte? Das war, keine Ahnung wer das war. So. Wie meinst du, du meinst diese, du meinst irgendeinen Waffenlieferant oder was? Wie hast du die nochmal die Panzer herstellen und so? Also eher die ADS, weiß ich nicht, die macht es glaube ich nicht. Irgend so ein großer Konzern, der macht die ganzen Waffen. Hm. Weiß ich was du meinst. Weiß ich was du meinst. Weiß meinst du, dass der da drüben ist oder was? Ne, ne. Allgemein so. Ja. Okay. Ne. Wir dürfen keinen Schleich der oben machen. Ne, das passt schon. Ne, das ist irgendwie so ein öffentliches Gebäude gehört im Land. Das ist aber ganz nett. Ja. Das passt eigentlich. Haben wir jetzt hier 23 Grad? Ja. Vor dem Oberjohnschaber kannst du 22, ja. Da habe ich festhalten, dass du deinen Job, der dich zu allen Ehren wert ist, also der so wichtig ist, der so honorig ist, der Feuerbeauftragte. Du bist der offizielle Feuerbeauftragte. Du hast es geschafft, dass die Flamme ist aus, Alter. Cool. Weißt du was? Ja, weißt du warum? Weißt du was? Ja, genau. Du weißt ja echt. Beim Dschungelcamp würden wir jetzt eine Strafe kriegen, weil du das vorher nicht bewacht hast. Beim Dschungelcamp würde ich schon längst in Ordnung kriegen, dass ich seit Freitag, nein, seit Samstag, bis einschließlich heute Mittag, immer noch. Kommt die Geschichte jetzt noch irgendwann? Oder muss ich mal eine Weihnachtszeitkarte machen? Ja, aber ich habe immer noch geschafft gehabt, dass die am Mittag noch hier grillen konnten. Also bitte. Echt jetzt, oder? Ja. Machst du jetzt gerade ja eine dicke Story raus? Mhm. Der feine Herr hat nämlich heute unter freiem Sternenhimmel geschlafen und hat einfach das Feuer immer bewacht. Ja. Aber gerade ist er halt einfach mal ausgegangen, ne? Der Pyrebeauftragte. Ja. Du hast jetzt ganz viele Schlachten gewonnen, aber einer ist gerade verloren. Den schwarzen Brügel kriege ich auch noch keinen. Der schwarze Brügel. Ja. Ist das so? Warum? Ich wollte was anderes sagen, aber das wäre dann... Ne, jetzt lassen wir mal. Wir haben ja vielleicht auch Jugendliche. Genau. Da muss man ja auch begrenzen bei YouTube. Sonst wäre ja Wahnsinn. Aber wir sind... Könnt ja mal sein, dass wir vielleicht die falsche Wortwahl haben. Genau. Meins ganz sicher anders. Ach, herrlich. Da fahrt doch auch noch irgendwer. Hm? Ja, ich glaube, die haben ja vollständig Musik auf der Terrasse, glaube ich. Mann. Also sicher sind das nicht so laut. Doch, die sind für mich laut. Ich sag ja sicher, weil das ist so laut. Ah, deswegen. Das ist sehr laut sogar. Ja, okay. Heute durften wir. Gestern waren wir. Gestern. Nach heute eigentlich. Weil es ging ja noch ganz schön lange. Mhm. Also vier Uhr. Ja, und dann... Wir haben zwei schon los. Nachmittags. Das war schon... Das heißt, wir haben 14 Stunden. Stimmt. Wir haben eins vergessen. Nebelmaschinen, check. Oh ja, Nebelmaschinen. Klar, genau. Weil wir natürlich wie... Das ist die allergrößte Nebelschränze, muss man sagen. Ja. Auf jeder kleinen Party. Egal wie klein. Es ist nur ne frische Party. Wir werden die Nebelmaschinen ja mitgenommen. Und dann wird genebelt. Ja. Mehr Nebel ist das Zauberwort. Also, Hashtag mehr Nebel. Das ist genau das Ding. Und da wird dann richtig mal schön eingenebelt. So stark, dass der Nachbar neben einem schon gar nicht mehr als männlich oder weiblich zu identifizieren ist. Der denkt, das ist Herbst. Das ist ein harter Herbst. Harter Herbst. Es kommt in den Nebel. Das ist ein ganz harter Herbst. Das ist... Boah. Das ist England hoch 10. Mhm. Der Nebel des Grauens. Das sagst du der Frau. Eva. Den brauchen wir sonst in den Gedanken. Das überblenden wir immer wieder. Da ist der feinde Herr so ein bisschen über die Linie gegangen. Das war ja auch so krass. Also, wie sie dann da vor kurzem doch beim BVB die beiden. Norbert Dickel und... Ja und der Zweite nochmal. Auf jeden Fall die zwei, die immer das Fußball machen bei denen. Radio-mäßig. Da war es sogar mit Fernsehen. Und dann hat halt der eine irgendwie mal so ein bisschen die Stimme von Hitler nachgemacht. Hat aber ganz was... Erhabenlos gesagt. Da ging es halt nur darum um dieses Spiel. Weil die haben das Spiel quasi kommentiert. Hat halt irgendwas... Das war nicht so glaube ich. Nicht meine... Glaube ich, dass es eine Kriegsanspielung war. Aber halt einfach so das. Und danach... Komplett eskaliert alles. Ja und... Rassistisch und... Weiß... Nazis... Und... Ich meine die beiden überhaupt nicht. Obrela ist der Zweite gewesen. Der ist ja der Obernazi. Ja. Sorry. So natürlich nicht. Und... Krass. Also das fand ich einfach ein bisschen überzogen. Ich meine natürlich war das ein bisschen... Ja. Na ja. Also ganz kurz um zu den Zuhörern. Die ISA-Karte hat auch noch... Hat einer gesagt. Ganz kurz um zu den Zuhörern. Ja. Wir reden hier... Wir nehmen fast keinen Platz von uns. Also ich zumindest nicht. Also wenn so ein Wörter von wie Nazi oder sonst irgendwas... Und auch Namen. Ja. Wie gesagt. Das ist keine direkte Beleidigung. Das ist unsere Meinung. Unsere... Ja. Ja. Ist so. Wir leben in ein freies Land, wo man sagen kann, was wir sagen dürfen. Ja. Sollte man zumindest. Genau. Ich zeig ihn mit dem Finger auf ihn und sag dann, du bist ein Nazi. Sondern wir haben hier ein normales Gespräch. Was aus... Sagen wir mal, was wir denken und das... Genau. So. So. Also nicht... Jetzt bin jetzt nur einer von den anderen. Ja. Wie gesagt. Es ist ja auch keiner von denen. Ja. Das wurde jetzt halt so, dass sie glaube ich wie drei Monate Sperre jetzt bekommen haben. Warte. Also es war schon... Das fand ich schon hart. Also... Ja. Das ist es. Du darfst halt total nichts mehr sagen. Dafür gibt es ja uns Seegurken. Genau. Die Legung spricht immer die Wahrheit. Und nichts spricht die Wahrheit. Genau. Ja. Tut manchmal weh. Kann vielleicht auch mal lustig sein. Genau. Wer die Wahrheit nicht verträgt, hört sich bei einem eins an. Klassik. Das ist krass. Da kommen so die Fake News. Das ist krass. Das ist krass. Das ist krass. Ich sag es dir. Da bin ich halt knallhart. Ist es einfach so. Das war richtig krass. Ich mag auch Menschen, wenn einer zu mir kommt und sagt, hey, mir gefällt das Gesicht nicht. Ich sage, okay, ist in Ordnung. Ja, bei Klassikradio. Weißt du? Da haben die gesagt, so jetzt kommt Chopin und ich freue mich so voll. Oh, geil Chopin. Ich spiele in die Beethoven. Ja. So krasse Fake News. Weißt du? So was. Also ich habe echt gedacht, kann nicht wahr sein. Es fängt da sogar an. Wenn der Wind nicht, der muss immer gleich ausblasen würde, dann optimal. Also ich als Pyro-Beauftragter. Ja, ich weiß nicht. Ne, ein bisschen Wind ist gut, weil Sauerstoff ist im Feuer immer gut. Das ist das Größte. Ja, aber der Wind ist halt stark. Ist ja Sauerstoff. Ja, aber der ist stark. Der ist stark. Ja gut, okay. Wir haben jetzt noch keinen Hurricane Stufe 5. Aber du hast recht, er ist schon leicht aufgefrischt. Aufgefrischt. Das macht halt aus. Also im Vergleich das letzte Mal, als ich hier Feuer gemacht habe, da war kein Wind. Da hast du einen Spritzer gemacht. Auch nicht falsch verstehen meine Kinder. Also bitte. Jetzt geht es aber dahin du. Ab sofort. Was ist das? Das Niveau. Benzin, ähm, nein. Grillanzünder. Genau. Da war halt ein, weißt, da hat es ja einfach aus sich hergepackt. Aber siehst du auch, sowas Kleines, wusch, gleich wieder weg. Mhm. Einfach daran, dass du immer zu wenig reinmachst. Also du musst Temperatur reinmachen. Dann muss ich noch mal reinlaufen und eine neue Flasche holen. Ja, vielleicht hast du dann die Chance, dass dann das Ding mal anfängt zu blühen. Mulch, eh, weil Kluppel. Ja. Ja. Du könntest theoretisch, also du holst auch noch Chips, oder? Ja. Du könntest dich vielleicht theoretisch auch so zwei E-Wars mitbringen. Ja. Sehr spitze. Da hat der vorhin schon zwei, ähm, D'Ansan. Das ist nur so. Ich? Na gar nicht. Ich war nie klein. Das war ein Etikettenschwindel. In diesen Packungen nichts drin. Und ein Lob an ihn, hat eben noch ein atomes Körper. Äh, genau. Ja, danke. Sehr gut. Naja, das mit den Seegurten sprechen immer die Wahrheit. Genau. Das ist nichts als die Waffen. Okay. Alles gut. So, Prost hab ich mal vergessen irgendwie, glaub ich. Jetzt noch längeren. Ja, ich muss eben auch Bier holen. Wir müssen Wasser, Wasser nachfüllen hier. Schönes bayerisches Wasser. Hustl. Nein, nein. Das ist noch bayerisches Wasser. Sind gesund, wir trinken kein Alkohol, Mann. Ja. Das stimmt. Ich nenne dir keine Namen. Mhm. Aber wie gesagt. Boah. Ich glaub du holtest los, ne? Gute Reise. Ja. Ja. Kannst du reinmachen, ganz. Passiert nix. Das waren die letzten Worte. Das waren die letzten Worte. Kannst du reinmachen, ganz. Passiert nix. Es geht nicht darum, dass mir nichts passiert. Es ist heiß. Ja, nee. Aber das heißt, das war so, kannst du reinmachen, da passiert nix. Da hat die Sendung dann aufgehört, die erste und letzte. Kannst du machen. Wie bei Lambok. Wie bei Lambok. Bei Lambok, das passt schon. Bei Pilzen, das passt schon. Ja, das passt schon. Wir hatten doch mal hier, als wir dann diesen Start-up machen wollten mit unserem Seegurker, hatten wir doch über ein Thema gehört in ein bestimmtes Lokal. Und da würde ich auch noch mal gerne mal zurückgreifen. Kannst du hier noch dran denken? Ah, ah. Nicht mehr, gell? Da war bestimmt viel Wasser mit dem Spiel. Natürlich war da viel Wasser mit dem Spiel. Aber ich glaub... Also ich hab da einfach zu viel. Man kann sich auch vergessen an Wasser, hast du? Gegen zum Thema Frauen und Beziehung und so weiter. Echt? Oh, okay. Ja, das ist auch... Deshalb haben wir ja auch diese Seegurker. Dass wir Männer uns, ne? Ja. Unser Standpunkt mal erklären. Weil die Frauen sagen ja auch... Sex in the City, man. Weißt du? Das männliche Sex in the City. Genau. Das war die Idee. Genau. Jetzt wirst ihr auch Bescheid. Und was das genau geht eigentlich. Unser Standpunkt. Die Frauen sagen ja auch, wenn die zu uns sagen, du hast einen dicken Arsch gehabt, wir müssen es schlucken. Ja. Und wenn du zu einer Frau sagst, schatz, die Huse passt aber nicht mehr, dann... Hast du nicht mehr viel Zeit zu leben. Genau. Ja. Und das ist diese Gleichberechtigung. Man sagt immer, ja Frauen brauchen auch Gleichberechtigung. Aber was ist dann? Das ist das. Sobald die das sagen, das ist ja bei uns. Aber wir können auch Männer-Themen mal ehrlich ansprechen. Weißt du mal, wo man sagt, hey, wie sieht's denn bei dir aus? Da hat man ja auch das Thema zum Beispiel, groß, klein, mittel. Ja. Genau. Das ist übrigens auch vielleicht so ein kleiner Hinweis auf den Namen. Ja. Wenn er klein ist, hat er vielleicht doch noch Pfeffer in den Arsch. Das weiß man ja nicht. Okay, dann haben wir auch das geklärt. Schön. Heute in dem ersten Podcast erfahrt ihr alles. Ja. Die ein und ein halbe Seegurke. Also sorry, nee. Du eine halbe Seegurke. Da stecke ich jetzt meinen Kopf nicht. Nee, nee, lass mal stecken. Da gehe ich nicht mit dem selben Schritt wie du. Ja. Die eine, one and a half Seegurke. Mhm. Seegurken. So. Na gut, dann machen wir das mal so. Dann machen wir jetzt hier mal den ersten. Also drücken. Nächste Folge kommt. Stimmt. Oder geht an der Stelle weiter. Kurze Werbepause. Werbepause. Ey, genau. Windrunser 18 Minuten. Weißt du, da sind wir voll drin im 20-Minuten-Block-Range. Das ist der Hammer. Also, bis dann.